Die beiden, ganz unauffällig. Das hat schon so lange, und trotzdem vom Keller kommst du vielleicht hoch. Vielleicht. So bin ich damals eigentlich. Damals ist es auch nicht heute. Guten Tag. Hallo. Kommen Sie rein. Oh Mann. Ich hoffe die Treppe hält. Das sah von unten nämlich nicht gut aus. Aber. Okay. Ich bin oben. Oh. Oh. Ja. Hierfür ist die Hütte berühmt. Für diesen... Oh, was war das? Für diesen Hai. Für den Hai ist dieses Haus berühmt. Oh. Oh. Ja, es ist gefährlich. Alles kann einstürzen. Ich sag's euch. Wahnsinn, wie hier alles abgeblättert ist. Diese Betten. Boah. Schwarzschimmel. Gar nicht schön. Oh. Krass. Verrückt. Verrückt. Weidmannsheil. Ja. Richtig tolle Lampen. Schränke. Und ja, alles noch da. Und da sieht man auch wieder. Also die... Dieses Lost Place ist wirklich schon sehr, sehr, sehr... Also seitdem es die Karte gibt, ist das da drauf. Und man sieht, die Urbexer... Die machen hier ja nichts kaputt. Das sieht man hier. Die sieht immer noch so aus wie früher. Echt. Kein Vandalismus. Komisch. Ne? Komisch. Ich denke, das ist alles wegen unserer Karte. Dann... Dann müsste der hier schlimm aussehen eigentlich. Mann, Mann, Mann. Diese Schränke sind super schön. Oh, das ist eine Tiefkühltruhe, ne? Alter Schwede. Boah. Die ist mal groß. Noch mal groß? Bis zum nächsten Mal.